Diana and Laura Was ist das? Welche Form ist das? Wow! Ein Quadrat! Yes! Ein Kreis! Hm! Lass uns unser Haus dekorieren! Ja, ich möchte auch meine Wände bemalen! Lass uns weiße Quadrate machen! Lass uns malen! Ein Dreieck! Cool! Ich mag es! Fertig! Wow! Hm, es ist ungemütlich hier! Vielleicht brauche ich Kissen? Natürlich! Runde Kissen! Ich habe dreieckige Kissen! Ich habe Quadratische! Wow! Hm, es ist ein bisschen dunkel hier! Hm, wir müssen eine Lampe hinzufügen! Gute Idee! Meine wunderschöne Quadratische Lampe! Meine Dreieckslampe! Kreislampe! Das ist besser! Das ist besser! Schau, ich habe eine Gelande! Ich habe auch eine Gelande! Aber sie ist lila und quadratisch! Leute, habt ihr Puppets? Ja! Ich habe dreieckige Puppets! 친구�lich! Ich mag nicht dieáfica The Вамheiten! Ich habe auch eine Gelände! Nächste! Nächste! din! Hичес! Oha! Oliver! Du hast recht! Snackzeit! Ich möchte auch essen. Lasst uns das Puzzle lösen. 1, 2, 3, 4, 4 Quadrate. Ich bin dran. Dreiecke. Leute, lasst uns T-Shirts bemalen. Ich werde Dreiecke zeichnen. Ich werde Quadrate zeichnen. Ich werde Kreise zeichnen.